Zum Beispiel Nexhoof, New Materials Company, based on 18 years of R&D Experience und die Herstellung von Wurzelmaterial und ein starkes Verkaufsteam. Seit mehr als 10 Jahren mit einem professionellen Team GRF AHR UNGSP ROGR AMM, in der Herstellung und Installation von Lebensmittel-IC-Produkten, die Kombination der beiden Teams zu einem Solarbecken bewegtes Material, welche Erfahrungen gibt es und ein perfektes Produktions- und Vertriebssystem, mit unserer Erfahrung in der Herstellung von PVC-Wolf-Platten. Wir werden gegeben haben das Beste aus unserem Handwerk machen. Und konzentrieren Sie sich auf Forschung und Entwicklung, um die Grenzen von PVC-Anbetungsprodukten zu durchbrechen. Seit 2019, X-Dächer in Kombination. Entwicklung von VATIC-Stromerzeugungssystemen und produzieren zeitlose Kollektionen. Issa Reson-Wolf Ausstoffe Kombinieren Sie die Geschichte der Solarenergie. Im Moment, der ehemalige Wolf startete die Nuit-Serie. Solarpanel-Dächer für Industrie- und Gewerbegebäude und wird in Kürze die königliche Serie mit Fliesen gehalten. Ereignet für den Wohnbau Also drehen Sie weiter.